so moin zusammen weiter geht's an die quatsch roman ist diesmal zurück wo man ist schon wieder am kränkeln wo ist er krank ja komm medikamente biografie wir können über die moralität moralität von diebstahl diskutieren wenn wir diese hölle überstanden haben und krank ist er kommt er ins karantänezimmer dem kleinen geht's gut dann gehen wir hier oben spielen wo du keinen nervst hungrig leicht krank ich frage mich wo mein sohn gerade ist für da seine kameraden in den kampf versteckt er sich vor mörderbeschuss in irgendeinem graben tötet er krasnische informanten rauchte eine zigarette selbstvergesst und gefühllos in dem wissen dass seine sache verloren ist es interessiert mich nicht ich will nur mein sohn wieder umarmen können wenn wir überleben können wir dafür danken so wuchs arika wieso arika? roman hat auch gerade geklaut sie ist auch leicht krank immer noch eine weste gucke mal und hier die kaputte pistole beschädigte schrotflinte beschädigter helm schauen wir mal ob wir irgendwas reparieren können tatsache dann würde ich zuerst den helm reparieren schauen wir mal kurz kräuterwerkstätte könnte ich bauen aber ich ja die können wir dann verbessern und dann können wir selber medikamente herstellen so die kommt dann mal hier neben der kleine spielt ist happy leicht krank erholt sich so weißt du was du willst jetzt mal die leichten medikamente ich habe langsam keinen bock mehr dass die leute nur in den betten liegen und die kann sich nicht mehr aufraffen zu gar nichts mit roman hätte ich natürlich auch ins krankenhaus gehen können aber ich möchte jetzt erstmal beim hafen noch ein bisschen rum grasen so ausbauen oh der händler kommt ein mixer den kann ich selber bauen 27 bestandteile 26 mal holz ey ihr habt doch alle den ohr schroffen ich könnte natürlich die pistole reparieren und verkaufen so medikamente oh gemüse hätte ich gerne so du kriegst schnaps können wir uns darauf einigen die gitarre ich habe ja noch eine zweite am hafen teile haben wir noch 15 dann holen wir uns jetzt bestandteile und eine bandage gebe ich auch noch weg gleich drei haben wir wenn es wirklich kritisch werden sollte mit verletzungen kann ich immer noch ins krankenhaus so gut handeln so bandage oder oder zwei ich weiß es nicht wirklich verdammt beeindruckend unser holz brauchen wir auch noch oh okay ähm jetzt habe ich ein problem jetzt brauche ich irgendwas was ein bisschen teurer ist was ich auch hier reicht nicht gut wir können uns einigen so dann nochmal handeln eine bandage behalte ich weil wir den jungen nicht ins krankenhaus bringen können so und dann holen wir jetzt noch mehr zeug von ihm verdammt beeindruckend sehr großzügig reicht nicht gut und noch acht mal wasser ähm feuerholz brauchen wir nicht den schnaps haben wir gerade erst verkauft munition haben wir auch noch 15 schuss wird aber weniger ja wenn es wesentlich weniger wird würde ich mir im lagerhaus noch mal einen soldaten da weg schnappen mit roman so eine gitarre habe ich gerade verkauft eine gibt es noch im hafen ja zucker brauche ich erst wenn ich die destille habe teile haben wir ja noch das einzige interessante wären so eine kräuter ja gut essen haben wir noch essen haben ach guck mal da gut erstmal den handel abschließen und dann schauen wir nochmal neunmal fleisch das ist jetzt die frage hole ich dafür nochmal kräutermedizin oder spare ich das lieber da sehr großzügig ok reicht nicht so dann holen wir uns nochmal eine kräutermedizin und tschüss afrika ist nämlich auch noch leicht krank dann nimmt sie jetzt die kräutermedizin so er ist auf medikamenten er ist auf medikamenten und sie jetzt auch und jetzt haben wir 32 mal bestandteile leicht krank auch auf medikamenten so kräuterwerkstatt ausbauen zwölf mal holz und ein mixer so den mixer kann ich schon mal bauen wo hatte ich noch viel holz in der kirche war glaube ich viel holz und im supermarkt glaube ich auch noch und unterm hafen müsste aber auch noch viel liegen so ab ins bett tag beenden er holt sich auf medikamenten die nacht nochmal in den hafen ok jetzt sich das irgendwie vertauscht sonst war er immer oben leicht krank leicht krank krank gut er pennt ja er pennt auch und sie geht los hier haben wir das alarmsystem an der tür und ja ich hoffe mal dass sie jetzt nicht wieder kränker wird davon ich vergesse wie viel holz ich brauchte ich glaube zwölf mal jetzt nehmen wir einfach mal so viel mit wie wir können oh gott ist hier noch viel ok die gitarre möchte ich aber haben den dünger brauche ich für die ratten fallen 2,4,6,8,10,12,14,16 weißt du was ich kann auch einmal fleisch weißt du was ich nehme nur holz mit so dann kann ich auf jeden fall diese werkstatt ausbauen um medikamente selber herstellen zu können ab nach hause so arika ist zurück ich hoffe nicht dass wir wieder ausgeplündert wurden und dass die anderen endlich mal wieder gesund sind guck mal da steht jemand von alleine auf ich wünsche ich würde jeder sein und beide liegen im bett ich glaube nicht dass wir dann überfallen wurden doch natürlich äh dinge die sie gestohlen haben zweimal dose und zweimal wasser zwei konserven sehr hungrig ja ist das ärgerlich und wie geht es dir sehr hungrig traurig leicht krank ist sie immer noch das nervt so dermaßen die medikamente sind irgendwie völlig wirkungslos so dann bau du mal die Kräuterstation aus yeah so wie geht es ihnen sehr hungrig leicht krank erholt sich ja ein leicht krank geholt sich sehe ich schon seit 21 tagen auf jeden fall hungrig ist er er kriegt noch nichts alle anderen sind sehr hungrig dann kocht er einmal so eine doppelte portion für uns feucht sich selber die dose rein und er wird schon wieder hin der junge macht mich wahnsinnig so und einmal holz so wir gehen spielen ja ich habe noch überlegt ob ich die dosen auf esse aber dann hätten sie wahrscheinlich fleisch geklaut lobfige sprung es ist schon tage her dass ich zuletzt eine geraucht habe so 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 traurig dann kannst du dich jetzt mal mit deinem enkel beschäftigen ihr beiden geht essen und danach wieder ins bett es ist jemand an der tür okay geht roman zuerst an die tür sie macht hier kampfmusik an so radio kommenden tage sollen noch schön warm sein medizinisches zubehör gehört zu den begehrtesten produkten in pogoren aufgrund der starken nachfrage und der schwächelnden vorräte wird erwartet dass spekulanten den preis in die höhe treiben falls sie in pogoren leben bleiben sie zu hause verschließen die türen bewaffnete banden sind unterwegs musik spiel ich so sie geht essen er macht die tür auf und er quatscht mit ihm es freut uns sehr sie wieder zu sehen oh vielen dank für die hilfe wir wollten sehen wie es ihnen geht und uns für die hilfe bedanken im eigenen verstärkten unterschlupf fühlt man sich gleich sicherer und schläft besser vor allem da mehrere häuser in der nachbarschaft von artillerie kanaten getroffen wurden wir haben diese flasche für eine besondere gelegenheit aufbewahrt aber wir haben darüber gesprochen und möchten sie euch stattdessen schenken danke viel spaß denken sie ab und zu an uns das mache ich so ich habe angst oben ist er hungrig leicht krank traurig immer noch leicht krank es nervt ja und die sind wieder völlig verpackt fühle ich nicht mehr voneinander getrennt ne gut opa ist sowieso ausgeschlafen dann können wir den tag beenden hungrig traurig hungrig leicht krank leicht krank ähm wohin gehe ich ich gehe mit roman oder der alte geht los die beiden lasse ich im bett pennen gehen wir nochmal zum hafen yes so so er macht auch relativ große scheiben im vergleich zu ihr also da merkt man auch den unterschied mit dem schleichen so die munition geht langsam aus die gitarre nehme ich jetzt mit ähm die teile doch warte mal teile nehme ich mit dann können wir noch ein ratten kiefig bauen dann kriegen wir mehr fleisch so den dünger dann damit damit füllen wir die rattenfalle dann komme ich morgen vielleicht nochmal wieder für die medikamente und ich hoffe die anderen haben sich jetzt endlich mal erholt und sind gesund und wir wurden nicht ausgeplandert hoffe ich mal aber die im radio sagen ja schon bleiben sie zu hause türen verrammeln und wenn die wache stehen dann werden sie auch nicht gesund ja natürlich waren wir ausgeplandert ivano ist leicht verletzt ey roman war wütend und hat mit uns gestritten es war nicht leicht ihn zu beruhigen henrik war auf der suche nach vorreden hat einige interessante dinge mitgebracht brutaler und fiese fiese haufen aber wir haben es geschafft sie fernzuhalten glücklicherweise waren wir alle bewaffnet ivano wurde verletzt aber die angreifer haben nichts gestohlen wir müssen mir leute als wachen aufstellen ja roman das ist so ein sack der geht auf jeden fall wieder plundern arme leute ich weiß das ist graus und weil ihre vorräte zu nehmen aber es geht um unser überleben deprimiert ist er leicht verletzt traurig ich mag es nicht wenn sich erwachsene streiten und rumschreien ich habe im angst dass sie wegen mir wütend sind so du quatsch mal mit deinem opa und nichts passiert und wieder verpackt vielleicht hätten wir nicht stehen sollen ne ist komplett eingefroren gut dann beende ich hier nochmal den tag und fang neu an bis gleich und ciao so so